Musik Wir lieben das Landleben und freuen uns auf den Burggarten. Natürlich hoffen wir auf schönes Wetter und viele fröhliche Gäste. Wir befinden uns in Vorbereitung des Burggartens 2024. Es soll wieder inspirierend, interessant, schön und gemütlich werden. Um einen Burggarten zu organisieren, braucht es ein ganzes Dorf. Über 200 Ehrenamtliche aus 14 Vereinen und Gruppen aus dem Jürmögebiet packen mit an. Mit Freude und Leidenschaft. Der Burggarten bietet alles, was das Gartenherz erfreut. Dazu haben wir ein sehr schönes Rahmenprogramm an beiden Tagen. Mademoiselle Fleur flaniert über die Festungsanlage und wir haben eine sehr spezielle Bühne aufgebaut. Und das alte Amtsgebäude wird ausgeräumt und echte Raritäten kommen hier unter den Hammer. Burggarten 2024. Eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns auf euch. Musik Wir geben unser Bestes. Und wir freuen uns auf euch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020